ARD Text im Auftrag von Funk Nein! Ich krieg dich, du wohnst. Weg 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 Ist das dein Irm? Jostan! Alter! Ohne Wicht! Was ist Jost mit euch? Ich weiß was nicht. Was ist da grad passiert? Jostan hat uns Freunde gesagt Dann müssen wir uns sofort da rein Besser mit mehr Leuten, mit allen Leuten dort rein Ja besser mit allen Leuten dort rein Ich bin noch nicht mal aufgestanden Wo ist die Scheißbombe? Oh ja, ColdSpline, die überarbeitete Map. Oh, überarbeitet? Die müsste überarbeitet worden sein, ja. Ups. Sieht aber noch normal aus. Guck, ich bin mal weg, wie. Guck mal, da vorne ist die Urlaubsstimmung. Jo. In den Urlaub. Wie war ich, dein Urlaub? Zu warm. Wow. Wenn du von Deutschland in die Türkei fliegst und aus dem Flugzeug raussteigst, dann ist es über 40 Grad. Das war auch schon Kampfer. Oh Gott, ich will. Oh Gott, ich will. Oh, movement. Kamerainstellung. Warum ist schon alles reinforced? Das irritiert mich. Ja, das ist, ähm. Im Game. Irritiert mich. Es bleibt noch 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Boah, das geht nicht. Zugangssperre ist aufgemacht. Abstand halten. Zugangssperre angebracht. Sollen Sie nur kommen. Wechsle das Bagasin. Wenn Sie sich abschalten, erleben Sie eine Überratung. Für dich. Richtig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Da spielt jemand Castle und hat alles zugecastelt Einer liegt, der Ash liegt, nur noch der Okay, du hast ihn schon Ich habe den Kill dafür bekommen, ich bin da so stolz auf mich So stolz Wo ist er, wo ist er verreckt? Äh, Pupa Du hast gespischocken Letzter verbleibender Gegner Aua, Aua, Aua Ein Heller gemacht Der Rest war ein bisschen lacke hier Und da waren es nur noch vier Okay Ich spiel nochmal Rackery Bereit zum Eliminieren der Feinde Ja, scheinbar Ich war grad nicht da Ich war grad aus dem Trinken holen Zehn Sekunden Stimmt, ich habe jetzt vier Rackery Camps Das sind schon drei Mhm Hm Interhalt gelegt Sicherheitsabstand halten Ja, ich habe jetzt vier Rackery Camps Ja, ich habe jetzt vier Rackery Camps Ich habe jetzt vier Rackery Camps Ja, 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 ich habe jetzt vier Rackery Camps Magazin wechseln! Wechseln wechseln! Wechseln wechseln wechseln! Warte, guck mal, ob ich dich auf der Cam sehe. Also wenn jemand VIP reinkommt, kann ich so sagen, ich hab da eine Cam. Okay. 15 Sekunden noch. 10 Sekunden übrig. Ähm. Plus das. Keuter. Könnte ich gerne. Vorm Arom. Leider keine Zeit mehr. Ja, wir haben uns alle vergasen. Und gewonnen. Ja. So, zufällig, ich spiele... B-Man! Jetzt hole ich mir aber meine Bifi. Was könnte ich nochmal... Ach, das war die... Stinkt schon. Hm, okay. Drohne des eigenen Trupps eingesetzt. Gegner verstärken Position. Iiiiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Der ist schlecht. Ja, das ist schön, dass ich einfach nur zwei Meter nach hinten laufe, dann kann ich sie da ausmachen. Ich nehme auch vor, Blitz, wenn du stirbst, ist das kein großer Verlust fürs Team. Ist ja das Schöne, in meiner neuen Wohnung, alles schön, toll. Da sind die Kitschen überhaupt, sind die überhaupt Kitschen? Ja. Kavan einsatzbereit. Lade Magazin ab. Entschärfer wurde zurückgeholt. Oh ich habe seitdem geschossen. Mhm. Wett, nicht stand rechts runter, dann wäre ich getötet. Ja, so geht's mir auch. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Kawan-Bots sind bereit. So, an der Seite zu sitzen. Nur noch ein Gegner übrig. Lade nah. So, in-Room ist er nicht. Äh, hier draußen auf den Gang. Inns oder rechts? Ich höre ihn nur. Er krautscht. Äh, der... ...verbleibt. Entschärfer wurde erneut gesichert. ...fünfzehn Sekunden. Nein! Der Druck wurde eliminiert. Oh, der scheiß Flores. Der Soul ist... Scheiße. Der kann den Infusor sehen mit seinem Gadget. Fuck it. Ja, aber war ne nice try. Es ist ja nur Casual. Wir spielen... Äh, nein. Äh, nehm ich denn jetzt mal. Ich könnte natürlich jetzt auch mal wieder den Alter I auspacken. Mit meinem B4. Würdest du mir eigentlich bei dir mit Pressluft vorbeifahren? Warte. Ja, ich... Warum? Der Notarzt hat's eilig. Zehn Sekunden. Ey, die spielen wollen. Das finde ich jetzt echt nicht geil. Da muss ich doch mal mein Ding ändern. Zehn Sekunden. Ich bin zum Einsatz. Ich bin ja gerade mit Ausbilder bei der Sun-Ausbildung bei uns im Landkreis. War schön. Ja. Das ist immer toll. Ja, ich muss also nichts machen. Außer berichten. Ja. Und das war dann mega lustig. Die hatten heute das Fallbeispiel. Ähm. Was haben wir gemacht? Oh. Hallo, Fuse. Ich hab noch nächste Woche auf in der Azugis. Ich freu mich. Ne, was hat mir da gehabt? Ähm. Ich, ähm. Sollte ich spielen. Aller Faller, ich habe das sehr realistisch gespielt. Hm. Ich dachte, da liegt jemand im Badezimmer. Streusprengsatz eingesetzt. Explosion steht mir vor. Ich auch. Aber er ist jetzt tot. Also. Ich hab mich gerade leicht erschrocken. Also, ich bin Innenraum. Ja. Ja. Ja, es rotiert. Es rotiert einer außenrum. Schau in Blue. wir ja weg die streuspringsatz eingesetzt entschärfer ist aktiviert nur noch ein war ein schönes egal auch von unten ja der war in der kitchen weißt du was schön ist ich hab die ähm irgendjemand durch dieses loch geholt ich hab mich da einfach hingelegt ich dachte mir so ein loch sowas benutzen ja natürlich boah längstens ist der plant nur durchgegangen ey und scheiß soll ist eh na wir haben jetzt mittlerweile instant gedowned wenn man von der kontaktnächte getroffen wird warte du kriegst auf alle fälle ähm tapferkeit du kriegst ähm engagement und mehr gibt es nicht ach ok was ist das für ein zeug äh fürs respekt system ich bin nur respektabel ich auch ich auch ich auch so nicht in der küche aus vielmaschine läuft und ulm ist in gut in der dritte liga unterwegs wir können weitermachen mhm bayern ist dann in führung gegangen opa mecano alter wie auch immer da kommt sie immer auf rank oder ja natürlich ich ich mir ist jetzt in vain oder rank sowas von egal opa mecano alter ist ja klar hier liegt ein halber meldfeueräum wo ist der restliche meldfeueräum mhm ach ja bei uns wurde heute die unwetterwarnung rausgegeben gerade echt ja bei uns war es nur windig sonst war ja gar nichts heute werden orkanböen bis du 120 km wartet das zeug was in frankreich gewütet hat ja cool und bei uns wieder nicht an besser ist ich ich überlege einfach einem alle meine meldeempfänger wir sind ja jetzt auf analog und digital umgestiegen einfach alle ausmachen oh nein die batterie auf einmal leer habe ich vergessen zu laden ja oh nein und das handy einfach in den flug muss ich bin ja auch so schuselig ja hey wir haben übernächste woche Kreisausschuss der Bereitschaft mit etwas Glück ich bin offiziell eingeladen worden und in offiziell äh in offiziell dürfte ich gar nicht eingeladen werden ach schön weil ich kein Bereitschaftsleiter bin also keine Führungskraft also keine Leitungskraft aber wahrscheinlich dass ich weil ich als Führungskraft ernannt werde werde ich auch noch manchmal mit eingeladen das ist immer so ein Anzeichen wenn du als Normalperson eingeladen wirst ist es irgendetwas wichtiges eieieiei aber wir haben ja nicht mal einen Match gewonnen so jetzt banden wir erstmal Karten also Maps eben nicht mehr gebannt banden wir immer noch Fetscher und äh ich weiß es nicht aber ich bin auf alle Fälle nicht für Villa oh warum bist du bei uns im Team Mick Mick mit der Villa oh perfekt ja oder ja hast du schon die neue Bank gesehen? zu ner Rework? nein die Bank hat ner Rework bekommen ich hab keinen Rework bisher wieder gesehen von den neuen ich hatte auch in der letzten Zeit irgendwie nicht so Bock auf Railmore keine Ahnung ich hab jetzt Hogwarts Legacy durchgespielt dann hab ich bis letzte Woche als Assassin's Creed Mirage durchgespielt ja ich muss Hogwarts Legacy auch durchspielen weil ich hab jetzt glaube ich als erstes äh was hab ich jetzt gerade durch was war ähm Ballos Gate 3 hab ich durchgespielt ich brauch schon überlegen ob ich mir nochmal äh ein anderes Game aufmache oder ob ich mir nochmal Assassin's Creed Odyssey was ich lange gespielt auch nochmal aufmache ne ich muss jetzt auf alle Fälle Hogwarts durch endlich fertig spielen weil ich bin ja jemand ich will ja alles mitnehmen hab ich den Mirage Mirage hab ich 100% Mirage ist aber auch relativ klein sind's gleich in anderen Spielen hab ich ja gehört das ist echt klein du tötest glaube ich nur warte du tötest glaube ich 4 Ziele und dann kommt der Schiff des Ordens wow ist ja nix und ich denke mir so bei Origins und Odyssey hast du 10 Leute und dann kam es Herr Schäffe und die Spielwelt war halt viel größer und freiläufig so ist das halt du hast du nur diese Stadt Bagdad mehr hast du nicht ja also da dachte ich echt so vom Gameplay ganz geil und so ne weil es wahrscheinlich wieder Richtung die alten Assassin's Creed Teile geht ja 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 genau richtig so aber so von der Größe und dem Umfang her ne ich vergleiche das ja ich vergleiche das jetzt gerne Odyssey in Griechenland war das Spiel was ich am meisten gesucht habe von Assassin's Creed komplett mit allen DLCs 100% hast du nicht gesehen und das vergleiche ich damit sehr gerne ne und du hast halt diese offene Spielwelt und du hast keinen Bock auf Hauptquests hast gehst einfach in die nächste Stadt und machst doch Unsinn das kannst du da halt nicht du hast halt da dein Bezirk wenn du ein Bezirk weiter gehst äh nö da musst du schon einen Rang-Aktentäter haben oder so nicht Neuanfänger oder so ein Scheiß weiß ja ich hab mir überlegt ich überleg grad ob ich ähm ich hab ja noch für den Jubisdorf ja noch ähm es hat uns die 3 wo ich das dann mit dem WeWork abzocken will ja Rona hat eine Bombe lokalisiert ähm dann wird auf jeden Fall glaub ich die Tage über nochmal Audition nochmal installieren nochmal Audition durchsuchen diesmal mit äh diesmal mit dem Vibe das letzte Mal hatte ich Alexios jetzt muss ich die anderen nehmen Auf und für die Kunde Spiel einsatz 5 Sekunden Bombe gefunden gelangt zu ihrer Position und entschärft sie soo Don't shoot the Helicopter Don't shoot the Helicopter So to your safety keep the area clear and medical tents clear and don't need the medical attention Boah, hab ich Flash-Kanatten dabei? Sagt mir nicht, dass es äh dass Diana die Next wegbekommen hat Kassus blockiert mich hier den Weg Kassus blockiert mich hier den Weg Kassus blockiert mich hier den Weg Lens Granate bereit sehr schön Lichter Lehrangers Nein, du hast mich erschossen zu verhebten. War aber glaube ich keine Absicht. Ne, war's auch nicht. Ich wollte gerade den Castle pushen, äh den Laufen pushen. Komm, am Entscharfung eingeleitet. Ein scharfer Beschützung. Nur noch ein Gegner übrig. Ja, ich hab ihn, hab ihn, hab ihn hier. Hat er sich hingelegt? Guck dir das mal an, hat er sich einfach hingelegt? Aber ich hab wenigstens den Kill gekriegt für den Dauk noch. Auch so dreckig gespielt von mir, ne? Ich hab die ganze Zeit ne Drohne gehabt, ich hab die ganze Zeit den Rook gesehen, die immer wieder zu den verdammten. Jana hat keine Nades mehr. Ich hab die ganze Zeit das Castle-Fenster angeschlagen. Jedes Mal nach drei Schlägen ist immer der Rook da hingegangen. Irgendwann übers Fenster aufgemacht. Und der Cam guckt, oh er geht gerade hin und steht einfach nur und guckt. Eben schnell hoch sein. Jetzt haben fast alle Operatorial Nades verloren. Das hat fast geiler mehr Nades. Ja. Was gibt's so viele Sachen um Nades abzufangen, weißt du? Ja. Versteh ich nicht. Ihr müsst eure Drohne verwenden um eine Bombe aufzuspüren. Boah, 2-0 Harry Kane. Boah, Dortmund wird zerpflückt. Äh, Sam Sport. Da ist ein Jäger oben auf dem Dach. Eure Drohne hat eine Bombe auf dem Dach. Da hat auch ein Jäger-Teiler hingesetzt. Noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Nein, er hat mich doch gefunden. Also der Dock ist Waffenkammer. Ich schade nach. Plätzkanate bereit. Ich schade nach. Entschärfer wurde erneut gesichert. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Entschärfer wurde zurückgeholt. Entschärfer wurde zurückgeholt. Entschärfer wurde er. Entschärfer wurde er. Er ist in der A. Ich schade nach. Was hieß Inside A. Es hieß Inside A. Das war für mich aber B. Ja, ich war gerade auch irrezieht, ich war gerade auch so, hä, wie, ich hab gerade bei mir geguckt, ich hab auch dein Iana-Teil kaputt geschossen, weil ich dachte, weil er gesagt hat, ah, ich so, hä? Ich war so, ähm, nope, pfff, ah. Ey, zwei Kills gemacht, ich bin zufrieden mit mir und meiner Leistung. Hu, hu, hua. Müssen wir schon wieder das Team, das ganze Team-Carrying hier, mit den Kills hier, ey. Ja. Mach der Rest des Teams. Nix. Der Barry McHart hat zwei, wieso hat er zwei Assists, das ist überhaupt ein alter Fall. Und unser Fuse hat einfach, ja. Null. Okay, wir müssen dazu sagen, warte, äh, Marcel, wir spielen ja auf Kupfer-Elo. Darfst du doch jetzt nicht so laut sagen. Äh, äh, Platin, wir spielen Platin-Elo. Champion. Stimmt. Hi. Oh, alle Gute sind dabei. Warte. Warte, woran erkennst du, was du Low-Elo spielst? Immer den gleichen Raum. Immer den gleichen Raum. Nein, der Raum ist gut, den nehmen wir. Okay. Oh, der kam. Oh, die Kette wird gleich auf, ähm, den Übrungsstelle. Komm, scheiß drauf. Ich hol das große MG raus. Wir haben, wir haben zwei Runden als Attacker gewonnen. Das finde ich ja schon toll. Nachladen! Oh, wenn der ist ja gleich oben rein, Salt, Respekt. Oh, siehst du aber den Kill macht? Ja. Setze eine Drohne ein. Streu-Sprengsatz aktiv. Elektronik-Scanner sucht. Ich habe eine Bombe gefunden. Oh, Welcome steht auf diesem scheiß Ding drauf. Und hat ein Loch durch die Tür gemacht. Das hab ich zu spät gesehen. Äh, das war jetzt dumm. Einfach nur dumm. Ah! Meine Drohne! Ah! Meine Drohne! Über dir, oder? Aber wie gesagt, wir haben jetzt zwei Runden als Attacker gewonnen. Das reicht. Aber das ist doch was der Fuß gemacht hat, Alter. Das war ein Operator vom eigenen Trupp. Ich krieg zu viel, dass ich das doch was der Fuß gemacht hat. Es waren zwei Schüsse zu viel. Hm. Ich wollte grad sagen, er sieht ihn aber, oder? Hä? Was hat denn der entfacht? Nein. Alter, nein! Was hat er denn jetzt vor? Einmal außen rum gehen! Nein! Nein! Er sieht das... Er sieht das... Alter! Fassiliert das, was er nicht ist. Ich würde mal anmerken, dass ich nicht kann, dass er schnellste Operator dafür. Blödes Sightseeing hier! Danke schön! Danke schön! Wollen wir erst, ähm, runter gehen? Ventilation! Ventilation! Wow, das sind wir random. Oh, Leute! Dann lass uns einen Toilette, ähm, Schalter nehmen. Okay. Dann halt das andere. Dann hat er dann... Okay, wir haben was mit Strom. Wir haben was mit Wischen. Wir haben was zum Ablecken. Wir haben ne Alibi. Oh, um Gottes Willen. Warum ne Alibi? Hab ich noch Schokolade? Hab ich noch Schokolade? Die Bomben sichern. Ah, weiß ich nicht schon. Die Bischöse sind Freunde für kein Zugang. Entsprechend planen. Ich lade nach! Alle runter nach! Ich lade nach! Ich lade nach! Ich wechsle das Magazin! Die Elektro-Kralle ist aktiv. Zehn Sekunden noch. Und hier? Noch fünf Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Gerade noch siehst du mich? Und jetzt nicht. Ich lade nach! 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 2 Leute E-Stairs, einer geht jetzt E-Stairs runter, einer aimt zu der Tür hin, 3 Leute E-Stairs, einer kommt zu der E-Stairs, Horror Rechts, Rechts VCTW-Hallway ist ja... ja den meinte ich Ja ich habe ihn gehört Es war dazu wichtig aber dass man previews rausbringen ernsthaft man sollte nicht vertikal nach oben spielen wenn man das nicht kann endlich ist der Blackbeard tot das ist getroppt oder? habe ich es richtig gehört? das ist glaube ich getroppt schon gleich los schön zu müssen in meinen Camps links 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 15 Sekunden 10 Sekunden ich bin auf Zeit Zeit 5 Sekunden übrig Zeit ja wir haben doch Zeit Junge das stand noch 5 Sekunden und ich hätte noch mindestens 4 blenden müssen alter gut lass uns nach oben gehen jetzt gehen wir nach oben gut bringt Alex 6 wir müssen die hier ein bisschen aufhalten wir müssen ein bisschen Arschloch Kapkan ich glaube ich gehe auf Arschloch Kapkan da unten ein paar Drähte platzieren wo die immer reingehen wo die gehen sie aber vor da Ich hab's gehört! Das hättest du nicht mehr erkannt. Kannst zuerst. Ich möchte mal anmerken, ich finde es aber herflich, dass du in dieser Zeit einen großen Spiel kannst. Und was drauf wird. Schämen Sie sich nicht! Achtung, ein Klapp. Die Palästinensischen Operator gibt's leider nicht. Ichofaro... Bitte weiß sie? Höchst, Höchst, Hechst hat er nicht gesagt. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit! Der spielt nicht ähm... Euch kommen wir nicht an meine Westen, das wär schon mal geil. Ich finde es faszinierend, dass unsere, ähm... Take armor, guys. I'm not too late. Die stehen auf die Zentscheiße da. Yes. Massiv hier. Magazinwechsel. Lein und, ähm, die gehitten an der Wand. Ähm, CCGV. Ich hab' ihn gesehen! Ich würde ihm grad helfen, den Blut eigentlich. Ja, ihr müsst rück, äh, wir sind jetzt im drinnen. Aaaaah, ja, natürlich kommt der Blut weg hier. Aaaaah! Alter! Unser Team kann wirklich... Unser Team kann gar nix! Ich hab' schon wieder vergessen, dass er sich mit der Rook-Weste selber aufhelfen kann. Ja. Deswegen würde ich grad dahin ihm helfen, alter. Wenn ich an meinen Spot gewinnen, hätte ich die beiden Affen eigentlich gehabt, ey. Warte, du hilfst den einfach gar nicht. Ja. So. Nehm' ich den jetzt so, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Feuerkraft. Hol' ich den los! Nehm' ich den durchschlagen. Das ist nur mit der Auge in der Verteidigungsspiele. Was? Ja. Ich lege da mal ein schicke Kondome hin. Was? Kondome liegen. Oh! Wenn ich sag' ich leg' der Kondome hin, dann meinte ich, dann leg' ich der Kondome hin. Oh, 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 oh! Don't be the force there, Rook. Please. Rook, please don't! Es kann reden. For my Romero. Warum klickt es so sehr nach Deutsch? Weiß ich auch nicht. Vielleicht nicht noch ein deutsches Wort. Zehn Sekunden. Nur noch fünf Sekunden. Die spielt... Ding mit... Kamera! Kamera! Ich hab' mehr Läptischen... Aua! Aua! Ich glaub' wieder hier vor der Wand. Du bist aufgeflogen. Krassee! Ja. Da stand schon wieder drei Leute drüber, ey. Da gibt's den... Leck mit mir von raus geschaltet. Alter! Ich kam auch nicht mehr weg, weil ich von der anderen Seite beschlossen worden ist. Guck mal, da sitzt so ein Lord in der Eingangsfalle. Mhm. Wenn er jetzt nicht hier hochkommt, dann schreiben wir ihn an. Das war schön von der Uni. Das war schön. Das war schön. Spiel doch safe! Jetzt soll ich zimmermütig werden, Aroni. Sehr schön. Wenn er auf CC rausgeht, dann haben wir noch eine Can. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Sehr schön. Sehr schön, Junge. Dann geben wir halt in die Overtime. Overtime! It's Overtime, und wir hoffen nicht verteidigen das erst. Nein, das... Natürlich gewillert. Das ist natürlich klar. Natürlich. Macht nix. Wenn die jetzt wieder hochgehen, gewinnen wir das um jetzt. Und dann? Ich nehme jetzt auch mal nen Hammer mit, damit du es nicht viel schneller geht und reingehen. Ja, ich nehme Iana wieder mit. Was ist das für ne Emo-Boy gewesen? Was war das denn für ne lange Haarversuche? Ich hab nicht erkannt, was das war! Nein! Warum? Oh, ist wieder da. Das haben beide geverlassen. Wollt ihr mich verarschen? Oh, mein Gott. Ja, nice. Läuft. Beide wie porten. Naja, vielleicht haben wir in Disco. Wir warten, wir kommen wieder. Ja. Time to shine, Jus, man. Time to glory. Ihr müsst eure Drohne verwenden um meine Bombe aufzuspüren. Schön, ihr. Buddy, join your channel. Geil. Komm, man. Ich muss mich übergeben. Ich sehe gerade, dass die Bayern schon 2-0 führen. Dann macht es schon wieder keinen Spaß mehr, um zu spielen zu gucken. Weißt du, wer ein Tor gemacht hat? Upamecano. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Aber in der vierten Minute. Ich gucke noch aufs Handy. Ich gucke noch aufs Handy. 1-2 Upamecano. Ich so. Watt. In der vierten Minute. Ja, Silent 3 vs. 5 ist immer gut. Vor allem in Rainbow. Wie ist der Plan? Wir lassen erstmal den Glitz einfach jemalig sterben. Ja, und dann versuchen wir einfach alles zu holen. Alles klar. Time to glory. Ja. Wir hatten gerade eine Verlängerung, Mati. Und wir haben jetzt zwei Teammates weniger. So, Jussand. Jetzt nimmst du dir noch einen... Weil sie gegangen sind? Ja. Jussand, jetzt nimmst du dir noch einen neuen Tampon und dann geht's los. So, dann kam es. Aber wir laufen hinterher da. Okay. Ähm. Ich wurde heute sehr nett gefragt. Ob ich Lust habe. Hä? Ihr geht mit Silent. Ist er im Stream oder was? Ja. Aber ich weiß noch nicht. Ich gucke den Stream nicht. Ich gucke Fußball. Guck mal. Doch alles hier. Uh. Einer ist wieder da. McCall's ist wieder da. Muss ich mal eben hier hinlegen. Ähm. Hast. Unser Typ hat. Iemanden gemessert. Wo ist eigentlich Falk? Leck. Falk ist nicht da. Scheiße. Die Trainer ist da hinten. Äh. Die Trainer ist da hinten. Äh. Die Trainer ist da hinten. Ähm. Die Trainer ist da hinten. Ne? Oh. Das ist Lothar Matthäus. ausgehört und habt ihn gut nie mehr gehört Mati ist schuld. Mati hat Lothar Matthäus gesagt. Ach, Judas ist wieder da. Lothar Matthäus ist wieder, ist mal dabei. Danke Lothar. Vielen Dank für die Blothars. Was? Let's go downstairs, please. Okay, wenn du meinst. And we maybe just got DDoSed. But I'm not sure. Es ist ein Deutscher. Junge, können wir nicht einfach alle Deutsch reden, wir sind fünf Deutsche. Das ist so geil. Man hört sofort diesen ekligen deutschen Akzent raus. Ja. Ich umsonst. Ich umsonst hört sich unsere Sprache bedrohlich an. Ich umsonst. Ich umsonst. Dann schütt der Helikopter. Jussan, zieh dich schon mal warm an. Bald geht's wieder aus Stalingrad. Du weißt doch, irgendwann greift man den Krieg in der Ukraine ein und dann geht's halt nach außen. Im Winter natürlich. Im Winter, das ist klar. Im Winter, das ist klar. Nein, wir greifen im Sommer. Ach, ähm, ich habe Marcel schon Bescheid gegeben, dass wir irgendwann einen Pfiff-Tag machen, Martin. Okay. Es bleiben zehn Sekunden. Ey, wir müssen aber dann Marcel, äh, äh, direkt irgendwo auf die äußerste Insel setzen. Ja! Kriegstreiber müssen uns ein bisschen verdrängt werden. Und dann kommt ein Speer von euch über die Grenze und dann direkt zum Atomkrieg. Ich habe meine Gründe, aber die müsstest du sowieso nicht verstehen. Atomu, wo ist es denn so nix? Boah! Jetzt kann man einen Fallrückzieher machen sehen, das ist ja schon... Echt, das kann denn? Da habe ich mich umgebracht, dass er so beweglich ist, wo es sich jetzt unten ist. Boah, sogar mit der Brust angenommen. Na gut, das ist ein Seidverrückzieher. Also, der Wort... Oh! Na, das war so eine Mischung aus. Rückfall... Rückfallzieher und Seidvoll. Also... Hm? Gut, der Matthäus-Kommentar. Das ist der Goretzka, den ich schon vor zwei Jahren in Weltklasse-Fußball gesehen habe. Ich brauche Hilfe! Wo bist du denn? Wo bist du denn hier? Vor dem Vietsch! So schön! Dankeschön! Ich bruche noch Heilung! O Appetit! Wechsle Magazine! Oh! Einer könnte vom Ender sein. Wechsle ihn voll im Abwasser! War er vom Mendo? Ja Der letzte ist ein Schwarzbärd vom Veatch Ähm, hat so 60 HP Ah, da steht ein scheiß Fenster Just play safe Das sagt er jetzt auf einmal Wait for him Äh, wo waren die Team-Chat-Taste? Warte, nochmal Das war eigentlich alle, das war alle, das war alle Warte, 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 warte Äh Ja, mit song ranked Hm Mikrofon activated Hm Du bist aufgeflogen Fünfzehn Sekunden noch Spielaufzeit Ok Puh, so, jetzt noch einen Attacker holen und dann haben wir es Das ist geile War bei dir die Wand auch offen? Ja Ja Das ist so Rainbow-Logik Packen wir nochmal den Altair aus Aber wir attacken ja jetzt, die haben oben gewonnen, oder? Mhm Die haben verloren, oder? Doch die haben oben gewonnen Das war die 3-2-Situation Echt? Ah ja, stimmt Sehr schlicht Warte, ich hatte das Counter-Strike, aha Was? Das qualifiziert 2-2-Strike Oh, ich hab noch was Falsches draufgeklickt Hahaha Warte, ich hatte das Jojojo Jojojo Jojojojo Also ich kann mich ja Kann mich ja mit diesem pinken Pinken Also ich kann mich ja mit diesem pinken Torbertrickot nicht so anfreunden Wir müssen eine Bombe auf Von Müller? Von, 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 äh Na ja Ja, ja Ich müsste kurz auch gucken Corona hat eine Bombe lokalisiert Achso, ich hab ne Nee, echt Wieso unbedingt Äh, wenn, ich sag mal Wenn's Wenn's Finde ich auch Ich finde auch, dass, dass, dass es Der hat das Bis Steuer wieder da war Hat er das richtig gut gemacht Ich find das eigentlich so Ich find das eigentlich Ihm Gegenüber halt, ne Respektvoll, dass man ihm das halt wegnimmt Warte, aber Aber jetzt ein Leben ver... Dennis Aber er hat sein Leben verstanden Jojojojo Willkommen in Justans Hölle, äh Höhle, äh Zuhause Okay Was? Hallo Find ich nicht nett, Marti Find ich nicht nett Ich hab, ich hab Ich hab Dennis eine, eine, eine Discord-Nagel geschrieben Ob er, ob er Bock auf R6 hat Mit Ja oder Ja Du kannst auch Ja wählen Und Also Ja geschrieben hat, hab ich gesagt Wir sind in Justans TS Hölle Äh, Höhle Ich mein zuhause Warum? Was hab ich dir getan? Alles Ja Ja, richtig Nein Nein Ich musste, ich musste es lustig verpacken Damit Dennis, äh, auch was zu schmunzeln hat In seinem traurigen Leben Ey, ich hab, ich hab gerade gedacht so Warte, pack wer schratt Wer schratt Wer schratt Gut, Marti Mach die Hau Mach die Hau Mach die Hau Ach, ich weiß Also bis hin Ähm Könnt mal der Fuse kommen? Ähm Junge, der Fuse ist dann einfach wieder meine Drohne zerfickt Was soll denn das? Ah Und meine Einstellung Weil im Rainbow Ich weiß gar nicht, wie funktioniert das nochmal Rainbow zu starten Musste man bei Rainbow Autos fahren? Ja, ne? Ich glaub schon Da kann ich nicht helfen Da musste man nachher die Range Muss man nicht da eine Bank überfallen oder so? Das neue Spiel Alter Jungs Ist okay Wir haben keinen Spaß mehr Nein, es ist nicht voll Was soll? Noch nichts Oh Leute, ey Ja Das steht da hinten drin aber klar Hm In Schokokech zu sehen was ganz tolles Es war kein Notation Hole Es war ein Fenster Hätte ich die Diffuser kommt, hätte mir blenden können Hätte mir blenden können, hätte ich gewonnen Thomas Zuchel krieg gelb Er wird doch unranked Da kommt direkt Da kommt direkt der böse Anruf von Uli Hoeneß beim DFB an Ich kann dich leider nicht mehr loben Ich kann dich erst wieder in sieben Tagen loben Und unsere Freundschaft kommt dazu, zuerstellen können wir auch noch mal Civ spielen Stimmt Was? Ah, Twitch will gerne, dass ich ihren Support bewerte Ne, will ich nicht Wie gesagt, sollte einer eurer Speer meine Grenzen überqueren, wird der Atomkrieg ausgerufen So Emerald Plains war ne beschissene Map, das weiß ich nicht Kenn ich nicht weg Ja, Emerald Plains war aber schon Das kenn ich nicht So Dallee wär schön Aber gut, dass man Maps fragen kann Lass uns Chalet spielen, bitte hergott Danke Wir spielen Chalet Warum sind das, warum sind das jetzt auf immer eigentlich Fünf Maps? Können wir nicht nur drei? Nein, es waren drei und sind jetzt auch fünf hoch, genau Was ist das denn? Damit dann immer der Zufall entscheidet, damit, da hätt man so einen kleinen Zufall lassen können Und nein Und wir sagen tschüss Fetcher Theoretisch Theoretisch ja Nö, Jockel, cool können wir Fetcher beiden, nice Aber Jockel spiel ich doch so gerne Ich sage wir bannen Ram Ja, ich auch Wurde ich den kleinen Panzer eigentlich schon mal so gerne? Den Leopard 2 Panzer? Ja, aber auf der Map ist das ein bisschen doof, weil du hast nur Holzfußboden Alter, wer ist denn Fenrir, Alter? Holy Shit Und Solis und Ich kann das nicht beurteilen Keine Ahnung wer das ist Alle weg, alle weg Einfach das, alles was Wende zu machen kann Wir haben die einfachste Rainbow stimmt wie früher Es gab sechs Angreifer, sechs Detailer und Schaden frei Ja, ne? Und du musstest dir keine Gedanken machen, was du rausbannen willst Genau, den allerersten Trailer Mit dem Haus, wo du dich auf dem Kopf abgeseit hast Ey, da war ich elf Als der Trailer raus Ich hab die Beta gespielt Da hat sich jeder was anderes vorgestellt in diesem Spiel Ja Als das was da kam Und was er gespielt hat Ich weiß nicht, ich hab das gespielt Und guck mich so Hä, das sah irgendwie alles ganz anders aus im Spiel Aber wie gesagt, ich saß in der Beta drin Und hatte sehr viel Spaß in der Beta Äh, spiel ich ein Warum ist Ezio drin jetzt im Game? Das ist Alter, ihr nicht Ezio Mein ich ja Achso, das ist Mirage Siehste nicht, da hinten ist Bagdad Wie viel Scopes kannst du jetzt hier drauf packen? Fast alle Das hab ich auch noch mitbekommen Irgendwie im Video mal Ähm, warte Ich möchte anmerken Ihr könnt euren Operator jetzt immer noch ändern Bis 10 Sekunden vor Rundenbeginn könnt ihr ihn ändern Ja, das weiß ich auch noch Die Nachricht war eigentlich an Dennis gerichtet Also ich muss das jetzt nochmal ändern Ich kriege von alter Ehe und nehme dich auf Wir brauchen den Toten Ist das nicht voll OP? Also... Ja, klar ist das OP Du kannst dich halt darauf ähm Entscheiden wie deine Verteidigung Einwürfehl für die Verteidigung ist Das hab ich aber trotzdem gemacht Damit die kleinen Kinder sich nicht mehr aufreden müssen Das ist ein Schwer Die kleinen Kinder können mich mal Nehmen wir Sledge Die sind ganz unten, oder? Nehmen wir Sledge und gehen nach oben rein Ganz gemäßlich Also gut, das ist auf deren Lab immer noch gut Ich weiß immer noch, wo alles ist Ich auch Ja Ich nicht Mati, wieso kommt man eigentlich jedes Mal Die Szene mit der Malle in den Kopf Wo man das weggesprengt hat Ich hab letztens das alte Video auf deinem Account mal wieder angeguckt Das sah so geil aus Aber auch sein so Hä? Reacher, komm zu mir Ich weiß nicht, was Wer called, what the fuck Oh Ich weiß wieder Ich weiß wieder, dass ich Dass ich Genau Ich bin doch auf der völlig falschen Seite geschworen, ey Jetzt sind wir im Keller noch? Idiotisch Ja, weiß ich Ich hab smoke bei mir Zwei Ladungen zu verbraucht So 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 Nope Ok Alter, ich muss hier das praktisch in die Stimme wieder gewinnen Smoke rausgenommen? Einer ist auf den Stairs Welchen Stairs? Auf den Garagen Stairs Okay, auf die hier, wo ich drauf gucke Ah, jetzt ist die erste Runde, ich muss wieder reinkommen in das Spiel Bombendit Wie hab ich eigentlich Teamstädter eingerichtet? Warte, ich lenke die ab, Dennis Ja, mach Also ich lauf rein, die werden auf mich schießen und du laufst hinterher Geradeaus durch Sehr schön Noch eine? Ja, rechts, müsste rechts gewesen sein, lass uns reinkaufen Hinter der Wand Sehr schön Ich muss überlegt, ob ich den Hammer auspacke Das war ein schönes Play für uns, Dennis Ja Dennis wieder wie früher, er ist back Boah, ich weiß noch, dieses eine, haben wir mal gespielt, wir haben dieses Turnier mal gespielt, ne? Ja Ja Da habe ich 21 Kills Glaube ich, oder irgendwie, ne, 21 war es glaube ich nicht Nein, da warst, da warst, da warst noch jung Da war, ja, ich war jung, da war ich elf Ey, Anfänge von Rainbow, da war ich 13 Jahre alt oder so Du bist jetzt 14, also hat sich nicht viel geändert Richtig Wir müssen eine Bombe aufspüren Wir sind bestimmt wieder unten Hat er bestimmt schon den ersten Priester durch Hahahaha 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 Besser ist das Hahahaha Kontroverses Thema Hahahaha Wenn du, ähm Hilfe brauchst bei irgendwas, sagst Bescheid Hahahaha Ich kenne da wunderbare, ähm Hahahaha Hahahaha Priester Nein Ich glaube da ist ne Cavera unterwegs Wo sind die denn, oben oder unten? Oben Noch 10 Sekunden Okay Cavera ist unten in der Garage Geh worden Aus Böser worden Böser worden Machs jetzt Ähm Dann, ähm Massen, bist du mit mir Cavera kurz hier an? Oben war die oder unten? Die war unten in der Garage Alles klar, gib ihm Warte, 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 komm her, komm her Ja, warte, warte, ich fahre da unten rein Ja, und sagst mir, ob sie doch in der Ecke sitzt, bitte Warte, ich muss mir ganz kurz die Ecke angucken Die müsste hier an diesem, ähm, Wagen sitzen Spezielle Ladung, Abstand halten Ach, ja, oh Mist, ich hab daneben geschossen Nein, Cavera Oh mein Gott Oh mein Gott No, no, no Ah ne, sie hat mich getötet Sie hat mich getötet Die ist garbage Aber die ist low Da ging jetzt auf Ich muss nachladen Das war nicht die Cavera, war nicht die Cavera War nicht die Cavera Oh mein Gott Wo? Oh, Justin, das bist du Tut mir leid Matis Silhouette war davor Aktivieren Drohne Aha Oh, die Ufos auf Stairs Den hab ich Also Bombe wurde lokalisiert Entschärfung einladen Cavera, der ist, Cavera, der ist Cavera, der ist Intivigation, Intivigation Bei dir Sag doch unten Ja, ihr macht's nochmal Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp Das war Mist Wie wir Auf Wiedersehen Sag doch unten, ich wusste Du, ich dachte, die ist rum Ich guck so nach rechts Hier so ein Operator dahinter So die Silhouette von Marty Ich so, alles klar, ist Marty, weißt du Oh, ho, ho Immer dasselbe in Rainbow, ey Nee, du sagst da halt noch, da dachte ich Okay, du bist so die Ferne hoch Das war ne gute Runde Das war ne gute Runde War die stärkste Runde, die will immer Eben hab's gespielt haben Ja, weißt du, du stirbst, ich zieh rum und sehe erst mal bloß irgendjemanden Na Gott, das, 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 das Weiße Monster mit den roten Augen Kann man auch eigentlich nur anschießen Warum heißt du eigentlich just dann 35? Ach, da ist die Streamer Mode drin Ja Ich wusste dann 35 Das ist alter Das ist eine kleine Bombe auch Das ist ein alter Ich bin im Jahre 35 geboren Ich bin ein Freund von Seniorenzog Und wir haben einen Bomber Wir haben einen Fenrir Echt, wenn du 35 geboren wurdest Hast du bestimmt was anderes gemacht Ich wollte kurz, wollte kurz sagen Da wurdest du eher indoktriniert die ganze Zeit Du warst Flakhelfer oder sonst irgendwas Mein Vater hat damals gesagt Mach was aus dir Jungen Dein Vater, dein Vater konnte nicht sagen Er war im Krieg Er hatte beide Beine im Erdenkrieg verloren Und hat einen steifen Arm mitgebracht Oh mein Gott, Lord Are you serious? Du wirst eine Bombe finden und entschärfen Was hast du gemacht, Mati? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Weiß ich nicht Es könnte sein, dass ich aus Versehen in die Falle rein gefahren bin Und Die sind unten Ich hab Firmei Jetzt haben wir doch die ganze Zeit gesagt Die sind unten mehrfach Ja, aber ich raff nie warum ich Anders oben Wo oben? Bibliothek Obwohl es könnte auch Dennis gewesen sein Der einfach irgendwas aufgeschlagen hat Ich hab was aufgeschlagen, ja Hier ist vorne Wir haben was unten Ich raffe Nein, das ist mir! Der hat sich gerne noch zu ficken Das ist Das ist Ich hätte doch mit der On-on-one Ah Scheiß drauf wir kommen jetzt mit runter Einer ist doch im scheiß Wohnzimmer Ich weiß nicht, ich seh es nicht Ich hoffe, dass wir den Typen so hart abfacken, dass er einfach nie wieder das Spiel spielt Ich glaube auch, dass er schon über abgefuckt ist Ja ich glaube auch Ah er hat sogar dieses Teamding da angemacht, oder nicht? Nee das geht auch so Nee nee, er kann auf ja klicken absichtlich oder nein auf nicht absichtlich Wenn er auf nein klickt, dann kriegt Dennis das nicht So Mein Gott Dennis, warum? Was soll das denn? Also wir müssen Dennis gleich lo- mein Gott Mein Gott Ja Hallo Also ich habe heute, ähm Martin, ich habe heute ja bei mir da in der Sandausbildung drin In der Sandausbildung Ich habe heute ein Fallbeispiel, wo ich einen Typen älteren Herren mit Herzinfarkt spielen sollte Ich hatte meinen Spaß Okay Dass du das gut kannst, das glaube ich dir gerne Ich dachte nicht mehr, dass es gespielt ist Dennis mein Junge, komm hierher und iss deine Portaikos auf! Ah ne das ist das ja im Sichtfeld Ich bin so unglaublich verloren im Spiel ne, es ist unglaublich Also Marcel, die haben ähm, Ding wie gewordt, wie, wie wirkt, also Frost Mhm, Ding, ja Frost ist wie wirkt, Frost hat einen Okay Ist neu Open the wall, please Ich hab die selber auch da aus der, äh, Falle Notchen bescharf gemacht Alles bereit, Kona platziert Hinterhalt gelegt Sicherheitsabstand halten Ich spiel sie, wo spiel sie? Ich spiel sie, wo spiel sie? Nein Ich spiel sie, wo spiel sie? Nein In den Badezimmer gegen das Fenster auf Oh, Alter Ich spiel nur weit blind Oh, ist das Fenster ist noch zu Was machen die denn? Probieren wir mal was Okay Die Gegner sind auch nicht so gut, oder? Der hängt da, der hängt da Tu's nicht Du spielst der Bronze, Edo Der hängt da nicht Der hängt da nicht Der hängt da nicht Der hängt da nicht Bei mir hängt, Alter Ey, ich hab nen Kill gemacht Mein Gott Wir sind alle stolz auf dich Das klassische Fenster war alles zu Die haben Körnerausbring aufgebaut Früher, wo ich das gespielt hab, war ich ganz oben in diesem Spiel Jetzt, jetzt bin ich, jetzt bin ich ganz unten Jetzt bist du was unten, gehöre nicht dran Jetzt muss ich mich, jetzt muss ich mich wie Rocky Jetzt muss ich mich wie Rocky wieder in Philadelphia die Treppe hochkämpfen Aber so in den Rocky 8 Teil, wo er dann schon halbkeuchend Versterbend oben angekommen ist Warte Und hier haben sie Ein Weavework von Warte was Scheiße, wir sind unten Wir sind unten, ne? Ja, das sind wir Scheiße, ich hätt nichts mit dem Äh, Bandit mit dem können Ich hätt Active Bandit spielen können Ich wusste gar nicht, ob das immer noch so Ja, geht noch Okay Glaube ich Sagte er, der seit August zum ersten Mal den Spiel heute überspielt Wir haben eine Bombe entdeckt Zum Angriff bereit machen Wir haben eine Bombe entdeckt Zum Angriff bereit machen Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert Auf feindliche Aktionen vorbereiten Auf feindliche Aktionen vorbereiten Auf feindliche Aktionen vorbereiten Barrikade stehen Zugangssperre angeböses Auge eingewählt Wieso, soll ich das Garage aufmachen? Nein Oben, ähm, tu auf, hier ging das Fenster auf Wo, oben? Oben, tu auf, hier ging das Fenster auf Wechsle Magazine Du machst bleiben Inside, Inside, Inside Wie Inside? Halt Naja Ich... Ich bin im L They're coming Bisschen Halt Bisschen Halt Das verschafft uns Zeit Seers Boah, also ich bin blind Das tut es Hinter der Müllschau und Ich hab zweite Flasche getestet Alter, ich bin nur noch Einer Outdoor Breach, linkseitig Aufseitig Immer noch Outside Marti, 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 Marti Marti, hol mich Warte schon Inside, behind you, behind you Jetzt sterben sie beide Tür, Tür, Tür Welche Tür? Es gab nur eine Tür Die wär gestorben, hätte ich sie richtig getroffen Wir machen das nochmal Ich bin blind mit Und spielen elektrisch Ich bin blind mit Ich bin blind mit Ich bin blind mit Ja, ich bin blind mit Ich bin blind mit Ich weiß nicht Ja, läuft immer noch Ist das jetzt ja eigentlich Das gilt Valhalla, oder? Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen Ne, von den den Skin den du da hast Da Ist das nicht von Valhalla? Oder was ist das? Ne, das sollte wirklich Ezio sein Naja, das ist von Oh, warte mal, was weiß ich Das hält mir ganz von stehen nicht, wenn wir das angucken Rennen die ganzen riesen Geisteskrankhandler, ja Was ist das? Ja, ich würde sagen, das war Valhalla Kann sein, weiß ich nicht Hallo Fox-Soldat Wie viele seid ihr? Wir sind vier, welche Elo Wir sind, äh, wir haben das alle aktiv Das letzte Mal vor, gefühlt drei Jahren Ein Jahr gespielt und, äh Waren früher mal Goldspieler Beziehungsweise Platinspieler Es hat sich geändert, es hat sich alles geändert Wunderbar, das ist jetzt immer Wunderbar ist besser Wunderbar ist besser So, diesmal bleibe ich oben, komme was wolle Wer schießt denn da eigentlich von euch? Ich Und der Random Warum auch nur Warum amt der Cup, äh, der hat Chunk auf mich? Amp-Bot Shumika wird gerade gestartet Nein Gerät wurde aktiviert Warte, wo bewegt ihr dich gerade rum? Kramaten abfeuern Oh, sorry Brother Gerät wurde platziert Kramaten werden gefeuert Das Gerät ist am Platz Pass auf Dennis, wenn du jetzt das Fenster auf Oh, ja Dann gehe ich ja, nicht dahin Der Chunker steht mit draußen Ach nee, das bist du Einer auf der ist, einer auf der Ich brauche hier Hilfe Bleib noch beim Schockweuer Weil ich nicht weiß ob Termite Ich werde gepusht Okay Die kommt von hinten Termite und Ähm, Monty kommt von hinten von Leib Von Wein, Salah Oh, also Ich hab echt nen Aiming des Todes Machen jetzt hinten die Wand auf Ja Oh mein Gott Die sind in Wump Ja, hat die scheiß Ladung weggemacht Ach man ey Ich bin echt so Scheiße Einer im L Ah Ja So schnell kann ich nicht reagieren Ey, wenn man CSQ spielt Da muss man so wenig denken wie an diesem Spiel hier Deswegen ist das auch besser wie CS Ich wollte Monty aussperren Ja das ist, das ist ne Lüge, CS ist immer noch besser Aber Lass uns hochgehen bitte Mhm Mittel drum Hm Meint ihr, es kommt einer durch den Keller? Nein Doch Vielleicht Was ist eigentlich das Rerab von Frost? Ich möchte euch an die Zeiten erinnern, wo ich eigentlich mit Kapkan noch instant ein Kill war Wo ich jede ohne drei Kills mit Kapkan gemacht hab, die gedreht Das war auch lächerlich Ja, das war wirklich lächerlich Bis durch die Tür gelaufen tot Bis durch die Tür gelaufen tot Bis durch die Tür gelaufen tot Ja Ich hab weiß nicht was Martin, weißt du wem wir damals noch gespielt haben? Mit Clemens Ja Ja Ich hab auf meinem, ich hab auf meinem Cloud-Server ne TeamSpeak-Nachricht gefunden, ne? Fand ich sehr lustig Da hat mich Robby da mal vorangestupft Der hat lächerlich verhalten, ist so lächerlich, das wird ein Nachspiel haben Wo ich wieder grad was Wie lächerlich Wie lächerlich Wie lächerlich Das ist nicht schon lächerlich, oder? 10 Sekunden Ja Ich weiß da immer noch nicht um was es damals ging, aber 5 Sekunden Schon lächerlich Ich glaub, weil ich mal kurz angeschrien hab Wegen irgendwas Aber es war Robby, den dürfte mal anschreien Ich weiß nicht, wie wir denn damals ausgetreten sind Und wir noch nicht mal was sagen konnten Er hat uns einfach jetzt nicht gebannt Ja Er dachte mir, so verhält sich ein Admin Und Martin war ja zu dem Zeitpunkt selbst Admin Das hab ich Das hab ich Das hab ich Das hab ich Bro, auf dem Balcony, 2 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 Hier Einmal Monti Balcony, ja Balcony 3, 3 on Balcony, 3 Hat reingesmoked Kann ich mehr picken? Ja, ist drin Die Drohne nicht Ja, der zweite Turm steht immer noch da Ist ein Glas Ist nur noch der Munzi Der ist inside Och Matt Oh mein Gott Dennis Dennis Was ist passiert? What the fuck? Du hast auf das Ding Wer hat auf Matti abgeschossen? Nee, Marc Marc, Marc Marc hat auf mich geschossen Hä? Warum haben wir denn? Okay, wir müssen einfach kurz sagen Jeder von uns hat dieses Dreieck Ja Wenn wir in einem Trupp spielen Deswegen Ich hab mir gedacht, dass es bloß noch einig ist, da wieso kommt jemand vom Balkon reingerannt? Ich hab dich nicht getötet, ich hab dich von Daumen geschossen, ich hab dich von Daumen geschossen, muss ich mal kurz erwähnen, ja Oh ist das gut Warte, wurde für den Jussan 35 Trupp aktiviert, geil Toll, danke Martin Dieser Dude denkt sich wirklich so Oh mein Gott, warum bin ich hier Ich bin für Martin schuld an der gesamten Dorfisierung Wir sind die perfekten Ubisoft-Rainbow-Trolle, wirklich Ähm, warte, ich überleg gerade Martin, wenn wir gebannt werden, rufe ich mal Mitarbeiterkollegen an von Ubisoft Ah, ist das gut Oh, dann rennt der Tabin bestimmt jetzt auch weg Aber ist das, aber ich... Jussan schreitet mit Nau Es ist nur der Montagne, es ist nur der Montagne Der hat Pipi in den Augen Ja, ich auch Apropos Pipi, ich müsste mal Dann geh mal da rein und guck mal, ob's da hier mit drin ist Ich spring da nicht rein Nicht? Fensler-Lagazine! Ich sag mal nicht, du hast die Fenster hier aufgeschossen, alle Das ist doof, das Fenster Das ist jetzt doof Warte, ich geh die... ich... 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 guck mal da Haben die Tür zugemacht? So, Library is clear War runter mit der Ding? Das ist erstmal ganz koscher aus Da liegt einer Und dann ist das auch keiner, also... eigentlich kannst du reingehen, ich bleib weiter in der Camp Von Lobby kann was kommen Du hast keiner entdeckt? Die Camp ist nicht gemacht worden Einer unten, einer unten, einer unten, dann ist das Wechsel-Magazine Wechsel-Magazine Was hat mir vor, jetzt mit Kapkan-Traps und so? Äh... sind auch Rauchgranate unterwegs Trinus dann Nach Kapkan-Traps Und macht die Camps kaputt bitte Zeit, eine neue Tür zu sprengen Bild ist da komplett blöd, aber ich... Ich halte rechts, ich halte rechts Und wo? Mati, hältst du die... kannst du die Füße halten? Machst du damit rum Ja, ja Drohne ist bereit Einer links rum Ich muss nur dich in die Füße halten Steht am die Füße, steht am die Füße Sehr schön Oh, wir waren sie drei Ja Also, ein bisschen was... ein bisschen was geht noch Und so, Venom hat mich zweimal geflasht mit der... ähm... Ging Warum... warum spielt der... warum spielt der... Brasilianischer Asiate Fußball? Lass mich doch Mit'n Wok... mit'n Wok aufm Kopf Äh... also... Bitte alle, ähm... Wir müssen euch beide ähm... Ich gebe dir random, positive, äh... level-headed Ich hab' dir... ich hab' dich auch gegeben Auch in ganz einfachem Grund Damit das nicht so negativ auffällt Dass du uns wieder geschossen hast